Und es geht weiter bei Let's Play Fable. Wir sind in Oakville wieder, unser Dorf, wo wir am Anfang waren und was für den Räuber zu stellen wollen ist. Mace hat uns letztens mal gesagt, dass der Räuber, der uns möglicherweise angegriffen hat, der Räuberkönig auf einer anderen Insel war, das übrigens klingt, heißt er, und er bei Eve eine blinde Seher ist. Und ich hab geschätzt, dass es unsere Schwester sein könnte. Weil sie hatte ja am Anfang schon so mehr Gefühl, äh... Ja, mal schön die Gesetze einhalten. Äh, also nicht Flashbacks, äh... Weil sie konnte ja schon am Anfang in die Zukunft... Hier ist wohl Respekt angebracht. Und, äh, es könnte ja theoretisch sein, dass es wirklich... Er ist ein edler Held. Aber wir... Wie ich höre, soll er in der Gilde wohl gelitten sein. Äh, ja, also wir schauen uns jetzt zuerst mal noch mal fest, bevor wir uns zunächst denkbar... Äh, ach so, der Spiel... Münzengolf, kommt her und spielt! Seid gegrüßt, o grüner Held. Ich bin der berühmteste aller Barden. Ich singe euch Lieder, gebt ihr mir Geld. Ich lasse euch nicht lange warten. Ja, komm, lass mich mal singen. Hm, wo soll ich anfangen? Ah, ja! Auch dem Weibervolk von Albion, den Bösen und den Lieben, sind seine Qualitäten nicht unbemerkt geblieben. Die Händler suchten Hilfe beim Held. Auf das Belverine sie nicht ermorden. Doch plötzlich hat einer von ihnen gebellt und ist zum schrecklichen Monster geworden. Man denke, man male es sich aus, der riesigen Insekten-Schar, da schrecklich die Wespenkönigin war. Doch der Held machte ihr den gar aus. Ja, der hat halt unsere Sache erzählt, die wir bis jetzt gelaufen haben. Münzengolf, kommt her und spielt! Sieht doch mal an, der sieht stark aus. Die, äh, haben wir die Händler da bestimmt. Schön, euch zu sehen. Es ist... Schwanker meint. Hallo! Folge mir! Ja, ich folge mir. Bin zur Stelle! Auf keinen Fall! Okay, nee, äh, für... Hey! Einen herrlichen Humpen schäumendes Bier! Hey, cool, die kann man einfach mitnehmen! Das ist der Bier! Seid gegrüßt! Möchtet ihr vielleicht halt nicht, ja... Stehe zu diensten! Ja... Ja, wir haben ja eh nichts Gescheites im... Profäden... Was? Tränke, also... Ja, Gesundheitstrahlen... Kosten, ne... Wir haben nur 5 im Besitz, oh... Da müssen wir wirklich kaufen, Max. Ähm, weil... Wir haben ja bei... Die Preise variierten voraus zu atmen, Stierlitzel. Hühnerschreck? Hab ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, ich bin der Hühnerschreck und wir rauchen nicht damit alle zu langweilen, echt. Nur weil ihr keine Hühnerschreck, echt, weil ihr seid doch alle langweiler. Äh, nein, ich muss natürlich widerstehen bleiben, nein, ich will dich nicht. Neee... Ah, ah! Warte! Danke, oh Held, es hat Spaß gemacht. Echt? Ey, das ist ja geil, wir können jetzt ja einfach zu ihm hingehen, das ist alles voll. Geil! Schön, euch zu sehen. Seid gegrüßt? Ja, ich bin der Held. Oh, wer bist denn du? Na, schon. Und keine Gesetze brechen, ja? Ey, wir sind immer gleich und sie sind immer krank aus, die Wache. Okay, äh, ist hier. Ist der immer? Nee, der Klau. Ist das mal. Überfall auf Opel. Bücher. Äh, wir haben auch eine Quest bekommen, dass wir, äh, Bücher sammeln sollen. Und, äh, das würde ich auch gerne machen. Wir haben bis jetzt nur, äh, irgendwo ein Buch über den Furzen lehrt und, nein. Hallo, äh, ein Held, ähm, könnt ihr mir helfen? Joa, natürlich. Oh, ein Held. Ich könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Ich veranstalte einen kleinen Hühnerwettbewerb am Strand, hab da aber ein paar Problemchen mit Geistern. Geister? Es handelt sich doch bestimmt um irgendeinen verstorbenen Hühneraktivisten. Er verscheucht mir meine ganzen Spieler. Geister? Ihr könntet nicht. Ihr wisst schon, eure Heldenmagie benutzen und ihn loswerden oder so? Okay, äh, machen wir mal. Schauen wir mal. Rollen wir mal. Echt mal. Oh, das ist immer auch viel mehr gerollt. Jetzt gehen wir nur. Ach so, woher kann er laufen? Äh, wie ist er? Oder so? Mast und Schuttbruch. Ah, ha, 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 ha. Ah, endlich eine Seele, die bei meinem Anblick nicht gleich flieht. So viele Jahre hause ich schon an diesem elenden Strand. Strrrt. Haben euch gar die Götter geschickt, meine schreckliche Qual zu beenden? Dem Gast helfen wir. Mein Geist haust auf dem Meeresgrunde. Ah, und meine arme Frau ist verarmt und untröstlich. Ah, sie hält mich für einen einfachen Fischer, der auf dem Meer verloren ging. Es mag euch vielleicht schockieren, aber ich hatte einen Nebenverdienst als Pirat. Ah, meinen zu Unrecht eroberten Schatz verbarg ich an der Mole am Weststrand. Wenn ihr ihn mit dem Spaten ausgrabt und den Schatz meiner Frau gebt, sollt ihr große Reichtümer bekommen, alter Seebär. Ihr braucht einen Spaten, den gibt es in der Stadt. Okay, dann helft mir dem Geist und, ja, hoffentlich ist er noch nicht so Piratenmäßig und sagt, Haha, dein Problem, das gehört jetzt aus mir. Okay, das Geld wird ihm wahrscheinlich nicht mehr so viel helfen. Okay, es ist hier drin. Ja, wir könnten schlafen. Komm, hier hat es schon. Dunkles Obergewand, oh nice. Äh, wir klauen ja gerne, es macht ja Spaß. Hallo. Schön euch zu sehen. Hat der den Geist schon losgeworden? Nein, Penner, sehr ruhig, kann aber alle dauern. Okay, wir müssen doch mal ein bisschen Spaten kaufen, das kann jetzt nur die erste Reiter. Aber dann, ich würde mal sagen, es war mehr. Wir müssen ja auch nicht in die Helden gelten. Wir haben ja einmal einen Haufen Quest, dass wir unsere Schwesterin so, äh, die Schockmethode... Und wir haben ja noch, ähm, eine andere Quest bekommen. Er hat irgendwas gesagt, dass wir noch mal eine andere Quest bekommen. Ja. Einfach hässlich. Das ist ein Buch, was jeder lesen muss. Einfach hässlich. Ja, super Buch. Ähm, gut. Der Humor vom Spiel gefällt mir übrigens auch. Es ist halt so britischer Humor irgendwie. Hallo. Hallo. Die Räuber werden immer dreister. Jemand sollte sich um sie kümmern. Ja, das Ganze doch mal angezündet. Ich glaube, damals waren sie dreist genug, wenn sie... Findet ihr mich schön? Ich hab diesen Mann auf einem Fest im Gildenwald getroffen, der sagte, ich sei schön. Dafür, dass du nur das Pixel bestehst, bist du ganz okay. Ich denke... Ich denke, er könnte in mich verliebt sein. Habt ihr mit ihm gesprochen, ja? Pixel und Polygon, natürlich. Äh, wir haben die Briefkommel... Ah, stimmt, wir waren ja mal im Gildenwald. Hat er immer gesagt, er hat so eine schöne Frage getroffen? Ja, das geht mir immer doch nicht. Oh, stammt das von euch? Jetzt könnten wir lügen und sagen, das ist unser Brief, aber... Ey, komm, das war asozial. Äh, hallo? Also... Äh, würde er anlügen und sagen, der ist der von euch nicht. Nein, komm, wir sagen schon, das ist ein Liebes. Ich glaub das einfach nicht. Er liebt mich wirklich. Er vergleicht meine Augen mit zwei strahlenden Sonnen. Ich muss ihn wissen lassen, dass ich fühle wie er. Bitte, könntet ihr ihm dies bringen? Ich kann es kaum erwarten, Fiona davon zu erzählen. Antwort von Miriam. Okay, dann haben wir auch für den Aufgaben, muss man auch mal wieder in den Gildenwald lassen. Aber dafür würde ich wahrscheinlich jetzt schnell was verließen. Ich weiß, eigentlich müssen wir mal richtig so leveln, aber... Ich hab keine Schüsse, aber ohne Kiste. Fakt auf, wenn es jetzt hier mal zieht und sagt, dass wir da immer sind. Wie du willst, ich weiß nicht, ob wir die Kiste mal aufmachen dürfen, also... Also, ich weiß nicht, ob das immer im Willing und der... Genau, okay. Und hier... Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Guten Tag, oh Held. Falls ihr einen Streiter gegen das Böse sucht, bin ich euer Mann. Ausgezeichnet, Arbeit ist ehrenvoll. Wenn ihr meiner Dienste nicht mehr bedürft, redet einfach wieder mit ihm. Es ist eine Ehre, neben einem so forstlosen Helden zu kämpfen. Was gekostet hier, dass wir gerade... Ey, du Pisser, hau doch mal ab. Nee, da bin ich nicht. So weit, klar. Tausend. Hühnerschreck. Tausend. Letzt mich doch. Kannst du zu hellen fahren, echt? Ja, ich glaube, wir kommen kein Schwertkämpfer, oder? Ey, Mann, tausend hat es... Ihr erbietigste Größe. Seid aufs unterwürfigste gegrüßt. Oh, der wird bekannt. Münzengolf, kommt her und spielt. Äh, der Preis, ja. Wir besetzen das Bild. Ich möchte ein Bier. Ich bin voll asozial. Äh, Modell, weil die gleiche Bild. Schön, euch zu sehen. Fischer, komm, Lippe. Äh, Frau, Gegenstände. Nein, keine Ahnung. Schick. Ich will kein Hühnerschreck. Schön, euch zu sehen. Ich will kein Hühnerschreck. Ich will kein Hühnerschreck. Ich will kein Hühnerschreck. Gemeinsam besiegen wir das Böse in Alveon. Ich will kein Hühnerschreck. Das ist die nackten Reiter. Cool. Bitte denkt daran, unsere Gesetze einzuhalten. Es ist mir eine Freude, euch zu diensten sein zu können. Nein, nein, nein. Nein, nein. Kaufen. Gegenstände. Ja, ich werde jetzt meine Flammenverstärkung zurückkaufen. Was? Ah, letztens haben wir gesagt. Der Darkwood ist gefährlich, oh Held. Oh, die Folge. Es ist mir eine Freude, euch zu diensten sein zu können. Ich bin nicht ganz sicher. Ich bin nicht ganz sicher. Andere Leitfaden für 14. Oh, da können wir einfach den mal verkaufen. Verkaufen. Leitfaden für 14. Die anderen sind normal. So gut. Geschenke. Rubin, die verkaufen wir. 612. Trophäen, ja, die können wir auch mal nicht. Gegenstände, bitte, bitte, bitte. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ihr seid kein böser Mensch. Freundschaftliche Friesen. Weizung, wiesig, wies. Äh, nee, hier ist... Obwohl. Na doch, schau mal. Tofu, er hat doch Tofu. Egal dann. Nee, Geschenke. Ich habe keine kaufen. Erstmal habe ich Zwillingskling gesehen. Den Anführer der Räuer. Das reicht schon. Damit wir... Na los schon. Man sollte nett zu ihm sein. Wir sind von unserem Hausgebiss und da verbrotet. Hier war ja unser Hausbeschall. Oh, ist das hier auch so? Ähm, zieht keiner? Ja, der... Der darf nicht sehen, wie wir alles klauen. Oh, nein. Das leckt mich. Äh, ist ja noch gut. Oh, nein. Er ist schon. 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 Ja, hey, sei, sei, sei. Er ist schon. 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 Aber... Seid gegrüßt. Ich weiß auch nicht, warum. Welche Namen haben. Die Namen haben. Sie sind. Ihr habt im Leben den rechten Weg. Schönen Tag auch, Sir. Er ist schon. Er ist schon. Warum denn? Er ist schon. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ich muss kurz reichen. Ich muss kurz reichen. Hu-h. Ich will ja nicht vorstellen, mein... Geht voran. Du bist... ...geht voran. Ich bin Üdersek. Ja, ich bin Üdersek und wenn ihr selber nochmal sagt, dann geht, läuf ich jetzt gleich ab. Ich frage mich, was er wohl tut. Ich glaube, dann muss er auf die Sorge. Ähm. Das hast du einfach nicht gegeben. Halt! Es war gar nicht gut von dir. Ich find' ich gut von dir, wenn du mich jetzt nur einmal gelden kannst. das ist dann schön schichtig weg und hier ist unser Haus äh, ich weiß nicht, dass ich verkaufe das die meisten Gebäude wenn ihr reich genommen seid, könnt ihr äh, blablabla ey, das ist ja schon so was das kostet für mich 1000 Euro ah, hätten wir diesen Kackleibwächter nicht ich will das Haus kaufen das ist ja unser Haus für vier Gebäude das ist ja sicher ihr habt im Leben den rechten Weg eingeschlagen das ist mal sicher ah, ist nur ein Baum das ist nur ein Baum ach komm, nehm mir dann so, assoziant sein ey, mir gefällt auch wirklich, dass hier alles wirklich, ähm, also, äh wirklich geregelten Ablauf hat ich mein halt zum Beispiel, dass wirklich, äh die Gestäfte zu wochen sind das ist mir auch, dass es gerade aufgefüllt dass die Lichter mal ausgemacht werden das find ich echt nice gemacht also, dass es wirklich versucht gemacht ist realistisch zu sein also, in der Nacht werden die Lichter angemacht und also, dass es sogar eine Animation gibt die wir die angemacht haben das ist auch ein Geld verzeichnet ihr müsst das Räuberlager finden ähm, Hoppjagg wegkam da fragt ihr auch so von den Hopps ja, machen wir erstmal und Grustart übernehmen yes vielleicht hilft er uns ja sogar der kleine Pisser, Heini da dem er 1000 Gold gegeben hat äh, Hoppjagg wegkam äh, Keinschutz äh, Grustart macht die Questen ab dann sagt jemand nach hinten ohne einen Kratzer nee, das machen wir nicht weil wir nicht schaffen man nutzt weder Waffen und nicht untätig bekämpfen wir das Böse nicht ja, das müssen wir, ja, das machen wir auch und das war's äh juhu 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 hihihi, wir haben viel mehr Verhandlungen juhu okay, dann ha 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 ja, mehr wir haben viel mehr auf zu legen ganz schön wer fällt noch ein ihr seid ein nicht guter Anführer NICHT DIE KACKEFARR hey okay, dann fällt mir ein wir waren ja auch letztes Mal bei einem Händler der uns von den blauen Pissen erzählt hat Und ähm, er hat gesagt, dass ein, geht es euch gut? Mann, ich glaube, bei mir haben sich Feen in den Gaulern, wenn irgendjemand bei dem Händler mag, äh, bei dem Händler-Platz. Das heißt, der Herr der Statue könnte viele Geheimnisse in Elbien aufzeigen. Bei dem Picknick-Platz sowas. Äh, ich meine, die machen mich immer voll, äh, merkwürdig. Ich meine, ich kann nicht reden, wenn die denn hier sind. Ja, beim Picknick-Platz hat so einer einen Pilz und den Pilz brauchen wir einmal für zwei Quests sogar. Aber ich würde sagen, bevor wir zu der Game machen, wir einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Feen. Ciao.